Das Ding macht ja Krach. Ja, dann mach mal hier einen auf 08. Der LED, Digga, geht gar nicht. Finde ich richtig hässlich. Der ist ein LED-Strom. Das ist doch die Länge. Ja, ich bin ja zu viel hier. Ich bleib einfach vor. Das liegt hier ganz schön in den Bügel. Wenn der auf dem Kopf hängt. Oh, das ist alles entspannt. Guck mal, das hängt richtig in den Sitt wieder so. Oh, das ist ein Weh. Die Kräfte ist schon nicht ohne. Oh, wir quatschen gerade deinen On-Ride kaputt. Egal. Das ist auch was anderes. Oh, in den Füßen. Alter. Oh, der geht schon richtig. Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt kommt der Bad. Das ist lustig. Nee, das ist für mich der Schlimmere. Geil. Ja, für mich auch. Aber ich glaub, die Schaukel nicht mag. Was ist jetzt hier? Oi! Hey! 10-0. Wuhuu! Wua! Fuck! Yeah! Die Schaukel ist übertrieben sachter. Okay. Ganz ehrlich, die ganze... Warum sagen die, das ist nicht so schlimm? Ich find das Ding heftiger. Weil leicht verfolgt wie das. Wuhuu! Wuhuu! Ach, ja! Oh, das ist ja voll nicht beleuchtet. Wie viel Geld wahrscheinlich. Boah, das ist geile Funktion. Ich schieße gegen die Speyerkarte raus. Wuhuu! Nochmal, nochmal, nochmal! Nochmal, nochmal, nochmal! Nochmal, nochmal, nochmal! Wie jetzt? Ist nicht hier. Ne, nochmal! Ist ja noch kürzer als Frankfurt. Nee. Wer? Ich hab schon mal bezahlt. In Frankfurt nicht so. Wie jetzt, dass ich bremsen sie vorausgemacht. Das war ja in Frankfurt nicht so. Oh, meine Tasche. Das muss auch mit Hand sein. Den sind recht, wie viel Fahrgäste nicht drin. Wofür sind wir nicht? Ist die Bremsen denn nicht? Die Frauen nicht bremsen da. Was? Ja! So, das ist ja. Bis zum nächsten Mal.